Hey Leute, wir haben unsere weiteren Folge auf meinem Kanal. Heute gibt es mal ein kleines Video für euch und zwar geht es mal um 4 Glitches, die derzeit auch in Fortnite Battle Royale verfügbar sind, die noch funktionieren. Falls euch das Video gefällt und ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like, eine Prosterewertung und ein Abo der Leute. Vergesst auf jeden Fall nicht die Glocke zu aktivieren und ja, sonst wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! So, wie ihr wisst, gibt es einige Glitches in Fortnite, die eben noch funktionieren, beziehungsweise die nach Patches noch verfügbar sind, Leute. Ich möchte euch heute 4 Glitches vorstellen, die derzeit noch in Fortnite Battle Royale funktionieren. Und ja, Leute, falls ihr euch fragt, wieso ich zum Beispiel hier nicht im normalen Gameband und euch die Glitches zeige, sondern hier in einem Playground Game bin, ist einfach der Grund, dass eigentlich von diesen Glitches noch bannbar sind, eben weil einfach es Glitches sind und eigentlich nicht vorgesehen ist von Epic Games, dass man diese Glitches einfach nutzen kann und sich somit einen Vorteil im Spiel beschaffen könnte. Und ja, ich würde mal sagen, wir labern nicht lange drum und beginnen gleich mit dem ersten Glitch. Bei dem ersten Glitch handelt es sich um das Fastforming, Leute. Der Glitch ist schon seit Wochen drin und er bringt dir einfach, dass du schneller Sachen abbauen kannst, wie zum Beispiel Bäume oder andere Objekte und du eben so mehr zum Beispiel schneller Holz farmen kannst. Eben um diesen Bug zu abusen, also um diesen Bug zu benutzen, brauchst du einfach ein kurzes Emote, wie zum Beispiel Welle oder Dab, falls du das Emote schon ausgewählt hast oder falls du das Emote erst auswählen musst, gehst du erst ins Hauptmenü, gehst zu Spind und willst unten bei dieser Leiste den Emote out. Und wenn du den Emote ausgewählt hast, kannst du erstmal nachschauen, welche Nummer du hast, und welche Spind Emote Slot du in reingegeben hast. Wenn du weißt, in welchen Spind Emote Slot du ihn reingegeben hast, den Tanz, also die Welle oder den Dab, gehst du zu den Einstellungen, gehst zu Tastaturbelegungen und scrollst runter bis zu den Spind Emote Slots. Wenn du mit den Spind Emote Slots angelangt bist, gehst du zu dieser Zahl, wo du dein Emote festgelegt hast und bindest dort ein Hotkey. Falls du diesen Hotkey gebeindet hast, kannst du eigentlich jetzt schon fast farmen, so leicht ist das, Leute, und jetzt müsst ihr einfach nur noch zu einem Baum oder zu einem bestimmten Objekt gehen und dann könnt ihr schon fast farmen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Baum gehe, müsst ihr einfach nur noch diesen Baum anschlafen und auch in einer kleinen Millisekunde könnt ihr schon diesen Hotkey drücken. Wie ich schon gesehen habe, habe ich jetzt viel schneller geschlagen, als man normal schlägt. Und so kann man eben viel schneller Sachen hier abbauen, als man es normal tut, also mit der normalen Geschwindigkeit. Und ja, wie ihr euch gesehen habt, geht es um einige schneller, als wenn man wirklich mit der normalen Spitzarge, also normal schlägt. Und das ist wirklich ein Glitch, den ich euch nur empfehlen kann. Derzeit wird dieser Glitch noch nicht gebannt, sondern es gäbe noch keine Fälle, wo eben dieser Glitch, ja, gebannt wurde, weil eben dieser Glitch schon relativ berühmt ist und eben schon fast gefühlt, die der zweite Spieler macht. Und ja, ich würde mal sagen, dann kommen wir gleich mal zum zweiten Glitch. Und zwar handelt es sich hier um diesen Wandglitch, in dem ihr euch durch die Wand glitchen könnt, könnte man sagen. Bei dem Glitch braucht ihr nur noch eine Wand, die ihr aufstellt und, äh, somit könnt ihr ins Editieren-Menü gehen, wo eben ihr diese Wand editieren könnt. Danach müsst ihr einfach nur das rechte Feld hier auswählen. Das ganz rechteste in der Mitte. Jetzt könnt ihr ja schon, äh, durch die Wand glitchen, indem ihr einfach noch ein bisschen hochspringt, also euch auf die linke Seite stellt, ein bisschen hochspringt und während dem Hochspringen, äh, die Sache editiert. Ja, das ist das Ganze. Und somit könnt ihr eben euch durch diese Wände glitchen. Wir können es hier nochmal austesten. Easy cheesy. Manchmal funktioniert es nicht, weil eben Epic eben schon, äh, versucht hat, diese, ja, Sachen zu projekten, also versucht hat, eben das zu verhindern. Jedoch ist es, äh, in den meisten Fällen noch möglich. Jedoch würde ich euch das nicht raten, ingame zu machen, also in normalen öffentlichen Lobbys, eben weil man noch nicht weiß, ob diese Sachen Bamba sind, weil es eben noch keine Fälle gab, derzeit, also keine öffentlichen Fällen. Aber, ich würde es eben noch nicht ausprobieren, weil es kann auch immer sein, dass ihr gebannt werdet und dann habt ihr eben die Scheiße am Dampfen, weil ihr ja zum Beispiel viele Skins oder sehr viel Geld in das Game rein investiert habt. Deshalb würde ich auf jeden Fall euch raten, dass ingame, derzeit noch nichts zu tun, weil eben es sein könnte, dass ihr gebannt werdet. Und ja, da kommen wir gleich mal zum dritten Glitch. Und zwar handelt es sich beim dritten Glitch um den Trap-Glitch, den die wenigsten kennen, glaube ich. Bei dem Trap-Glitch handelt es sich um einen Glitch, in dem ihr eine Trap auf die andere Seite glitchen könnt. Und ja, Leute, wie ihr diesen Glitch ausschübt, also diesen Trap-Glitch ist ganz einfach. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Gegner ist und wenn ihr ihn eingebaut habt, also in zum Beispiel in dieser Hütte hier. Und hier oben zum Beispiel hier draufsteht, könnt ihr ganz einfach einen Glitch ausüben. Das Einzige, was machst du, du nimmst das hier in die Hand, also möchtest diesen Boden oder diese Seite editieren. Du editierst diese eine Seite weg, machst das schnell wieder zu und pläst schnell eine Trap drauf, Leute. Und ja, Leute, wie ihr schon gesehen habt, ist es extrem krass. Man kann eben, wenn man schnell auf die eine, auf die obere Seite klickt, während sich das irgendwie noch aufbaut, kann man eine Falle eben auf die obere Seite und eine Falle auf die untere Seite glitchen, was extrem stark ist, Leute. Das ist ein extremer Glitch, den man wirklich auch ingame relativ gut nutzen kann, wenn man ihn kennt. Jedoch ist das Problem bei diesem Glitch eben wieder, dass es noch keine Gefälle gibt, wo jemand gebannt wurde, aber man eben durch solche Glitches gemannt werden kann. Und ja, Leute, wie wir sagen, kommen wir gleich mal zum dritten Glitch und zwar ein Glitch, der sogar hier in Tillich stattfindet, Leute. Und zwar gibt es diesen Glitch, in dem man wieder durch eine, ja, durch einen Boden schießen kann, wie man es damals in Shifty konnte. Können einfach hier runtergehen und können euch einfach hier ein bisschen einbauen, dass ihr euch einfach keine Gelder abschießen. Dann bauen wir uns eine schöne Treppe eben, um ein bisschen höher zu sein, Leute. Und dann kommt schon ein Glitch und zwar müssen wir hier einfach nur diese, hier diese Treppe abbauen, also diesen Boden hier abbauen. Und Leute, was sehen wir? Wir sehen einfach, ja, die Map, könnte man sagen, also Tilted, die da auch, was komisch ist. Wir können aber nicht rausgehen, aber Leute, wir können durchschießen und können somit, Leute, ja, Gegner treffen, also Gegner töten. Und das ist auch wirklich wieder ein eher krasser Glitch, weil man eben wirklich sehr viele Gegner so töten kann. Das Problem an der ganzen Sache ist, falls ihr einen Gegner somit tötet und der Gegner euch reportet, kann es natürlich sein, dass ihr gebannt werdet. Also versucht eben diesen Glitch ein bisschen zu vermeiden. Und ja, Leute, das war es einfach mal mit diesem Video, mit den Glitches, die ich euch heute vorstellen wollte. Falls euch das Video gefallen hat und ihr keiner mehr Videos mehr verpassen möchtet, lasst einfach mal jetzt noch ein Like da und ein Abo natürlich. Und vergesst einfach mal nicht die Glocke zu aktivieren, um eben keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu den ganzen Glitches in die Kommentare. So, ich wünsche euch einen schönen Tag und ja, haut rein. So, ich wünsche euch einen schönen Tag und ja, haut rein.